Guten Tag, ich bin Rizio Nodera und hab heute ihrer Abteilung zugewiesen. Du bist neu im Manga-Bereich, oder? Mach dir keine Sorgen. Wir bringen dir alles bei! Herr Takano, der neue Mitarbeiter ist da! Hä? Das ist der... Chefredakteur Masamune Takano! Meine erste Liebe, die ich unbedingt aus meinem Gedächtnis verbannen wollte. Wieso muss ich ihm ausgerechnet hier wieder begegnen? Und dann ist er auch noch mein Chef! Warum gehst du mir aus dem Weg? Hast du dich etwa an mich verliebt? So ein Schwachsinn! Du Lügner. Ich hab bestimmt nicht vor, ein zweites Mal auf diesen Kerl reinzufallen. Er will mir also ein Liebesgeständnis entlocken? Da kann er lang drauf warten! Was macht Takano denn hier? Und der etwa neben mir? Das ist keine Liebe! Das ist keine Liebe! Das ist ganz bestimmt keine Liebe! Auf gar keinen Fall! Das ist ganz bestimmt nicht die Liebe! Das ist eine gute Aufgabe! Ich bin mal der Betriebe. Vielen Dank.